so hallo grüß euch jetzt werde ich noch die tagesliste aufsetzen also im gestrigen video irgendwann einmal wahrscheinlich dann am abend habt sehen wie die woche aufgesetzt habe wie angefangen habe im erwin kann man auch die woche aufzusetzen und jetzt geht es aber darum dass sie mit dem heutigen tag beschäftigt auch das wäre ich wieder im hobo und im erwin kann man machen den wellness planer habe ich für heute auf jeden fall nach außen vor gelassen werden wir schauen ob ich ihn dann morgen mit reinnehmen als allererstes wäre immer auf jeden fall einmal den den erwin kann vornehmen und dann habe ich ja eben auch hier eine liste von dingen die auf jeden fall auch machen möchte daher ja starten einmal damit und wie gesagt die wert dann in der box unten verlinken zeitstempel jetzt haben wir also erin kann und das dann der zeit stempel führen hobo nietzsche dann auch noch unten drinnen ist falls ihr an erwin kann und überhaupt nicht interessiert sein gut natürlich die sache noch mal auf die seite weil das ist definitiv dann für ein hobo führen erwin kann braucht jetzt nichts anderes als diesen hier und diesen hier mehr brauche ich da nicht und dann schauen wir uns das jetzt einmal kurz an also so schaut das ganze also jetzt im erwin kann wenn aussieht jetzt einmal das daraus wobei das eigentlich nicht notwendig ist weil ihr eigentlich die seiten rausnehmen werden wir sind jetzt hier am mittwoch ihr seht ihr habt dann auf jeden fall noch den ganzen nachmittag frei bis um zwölf habe ich jetzt einmal geplant mich mit dem zu beschäftigen was auch definitiv der fall sein wird wahrscheinlich werden die länger brauchen das ist wieder einmal so ganz klassisch dass sie ja mir immer wie immer noch ein bisschen schwer du mit dem einschätzen von wie lange dauert etwas ja aber sagen wir mal die geben wir dann locker noch eine stunde spaß die zeit vor allem deswegen weil ihr da nicht wirklich berücksichtigt habt dass ihr das video jetzt auch noch drehen muss ja so schaut ja kleine maus ich weiß ja und was möchtest du von mir was möchtest du von mir so der lade liegt da jetzt also also eigentlich die seite hätte ich noch nicht gemacht weil ich beschäftige mir nur mit dem heutigen tag gut also das heißt wir haben jetzt einmal das eine video sagt man einmal das ist dieser blog hier und dann drehe jetzt aber doch auch noch dieses hier was mir locker noch einmal eine stunde kostet und dann eben auch so faden verloren genau und bearbeiten muss ist dann eben auch noch also würde ich sagen ich gebe mir jetzt hier für das zweite video dann auch noch einmal zwei stunden nennen das jetzt wimp 1 und das ist wimp 2 passt also das heißt dann bin ich einmal zeitmäßig jetzt bis 14 uhr in etwa eingeteilt da haben wir sachen die jetzt nicht so wahnsinnig zeitaufwendig sind aber wir haben auch sonst noch einiges zu tun das heißt ihm wird man den nachmittag dann definitiv einmal für haushalt und eben haushalt in meinem tempo gar damit man also nicht allzu gestresst sozusagen sind und ja das würde ja mal sagen das dauert dann heute bis zum sechsen weil es ist ja wenn ihr jetzt mal zeit freitag nicht mehr da dementsprechend ist natürlich ganz viel katzen zeug zu machen also das heißt katzen pflanzen dailies ja das schreiben wir mal auf jeden fall auf und dann wäre am abend aber eventuell sogar noch ein video drehen oder art channeling machen eins und die zwei sachen werden wir also machen deswegen würde jetzt da einfach mal kurz zwar so striche hin machen und zwar habe ich ja fürs art channeling ein paar sachen bestellt und dementsprechend würde ich das heute schon gern zumindest einmal ausprobieren kann gut dann bin jetzt da machen wir einfach noch ein etc irgendwie gefällt mir diese idee da schon auch ein bisschen rein zu schreiben was dann in diesen zeitfenstern auch so grob zu tun ist damit man eben wirklich ein gefühl kriegt so was kann ich denn wirklich alles erledigen so schaut es dann also aus wenn jetzt den heutigen tag mir vorgenommen habe ich glaube dass sie das beibehalten wert auch wenn ich dann wieder arbeit dieses eine ganze woche im voraus zu planen und zu sagen am samstag mache ich dann in dem zeitfenster genau das dies ist es ist glaube ich nichts für mich also ich bin besser dran wenn ich natürlich diese sachen wie eben dass sie da grill oder dass sie die woche in meinem planer machen möchte dass sie das fix einplan das ist klar weil das sind ja quasi wie fixe termine und das sagt ja auch david allen fixe termine soll man sich natürlich in sein kalender eintragen aber wenn es dann um to do's geht das kann man dann erst am aktuellen tag sagen außer man hat natürlich ein deadline ja so wenn ich bestimmte dinge jetzt am samstag fertig haben muss dann muss ich natürlich auch schauen so wie kann ich das jetzt in der woche dann unterbringen aber dann sind diese dinge ja auch wieder termine also das heißt wenn ich jetzt sagen wir mal da ein bestimmtes projekt fertig haben muss und dafür sind noch so und so viele sachen zu tun da muss ich natürlich schauen dass mir für jeden tag quasi einen fixen termin hinsetzt wo ich an dem ding arbeit aber das ist ja dann quasi wie besprechungstermin oder wie ein friseurtermin da muss ich ja auch fix sein ja aber wie gesagt wenn es einmal nur so bei live ich darum geht dann kann ich mich ja erst am tag beschäftigen gut ja also das ist einmal jetzt eben das und damit sehe ich aber auch dass sich heute das sicher alles ausgeht was ich mir so vornehmen will die geschichte ist ob es dann auch wirklich tue also wie gesagt wie dieses dritte video dann heute a noch dreh das wird sich definitiv weisen es wird nicht sehr lang sein aber ich habe euch im letzten video also gestern ja erzählt dass sie aus innsbruck noch was mitgebracht habe und dass sie euch das in einem extrigen video zeigen will und es wäre dieses hier dann haben wir das dann komme ich in den hobo also nochmal bin gespannt ob ihr auf mein gestriges video geantwortet habt was sie daher tun soll solltet ihr da noch nichts geschrieben haben bitte immer noch leer klar jetzt sowieso weil es ja schließlich erste viertelstunde später ist aber ja sonst wärmer sehen ob sich eventuell schon was getan hat gut wir starten dann hier auf einer neuen seite und ich habe mir jetzt ein paar sachen herausgelegt übrigens jetzt im sommer in meinem urlaub verwende ich meine wiederverwendbare tägliche to do liste nicht ich bin mir auch nicht sicher ob ich sie in zukunft weiter verwenden werde weil sich einfach dann doch zeigt dass ich diese sachen dann nicht noch das ist nicht gut gut was habe ich mir herausgelegt um jetzt hier diese doppelseite zu gestalten einerseits dieses washi dann diese ganz normalen sticker dinger mit den wochentagen und dann einfach ein paar ausschnitte aus der flow die jetzt von der größe so halbwegs da reinpassen und irgendetwas davon würde ich dann jetzt habe ich es natürlich gut da unten hingelegt wo man es dann nicht sieht ja also einfach mehrere ausschnitte von der flow wo ich das gefühl habe dass sie ganz gut in diese woche passen das washi passt dann eben dazu und was ich aber machen möchte wenn ich nicht direkt vor der kamera plan dann mache ich das eigentlich so dass sie diese doppelseite mehr oder minder schon aufsätze und dann nur noch tag für tag ein bisschen was dazu hinfügt jetzt möchte ich das mit euch so machen dass man wirklich da anfangen so ganz klassisch im bullet journal style und dass man es einfach entwickeln lassen bis man dann da sind und schauen wie sich das ganze dann am ende eben entwickelt hat und da möchte ich jetzt einmal als allererstes mir da einmal washi herkleben ich glaube meine kotzen streiten schon wieder so und da sind wir jetzt eben wieder bei dem thema der ist schon so fett dass man nicht einmal mehr gescheit auch dort ist washi abschneiden kann deswegen ist diese bisschen so eine ja also ein ganz ein gerader schnitt wird das nicht aber das ist mir ehrlich gesagt wurscht es ist auch sonst nicht gerade was man eigentlich auch wurscht ist aber wenn dann doch hart an klebt das wieder nicht so gut erster streich dann braucht man natürlich einen wochentag und nachdem ich da jetzt nicht zu viel doch eigentlich hätte den platz sogar soll das machen machen wir das ich glaube jetzt muss ich schauen gehen was die katzen anstellen mittag und was haben wir heute fährt datum 17 soweit die was gut soweit so gut jetzt gehen wir schauen was die katzen anstellen und dann geht's weiter liegen völlig unschuldig auf der terrasse als wir nie was gewesen wäre außer dass von karte die quellbüschel aus der ganzen terrasse terrasse verteilt sind ja so sind sie liebhaben fehlanzeige na sie haben sich eigentlich sehr gern gut thema ist heute will ich definitiv dieses hier verwenden weil nämlich auch auf meinem to do sozusagen steht mich mit einem bewegungsplan zu beschäftigen einerseits habe ich halt einfach die erfahrung dass es gut ist wenn ich jeden tag jeden tag was mache einfach weil ich dann in diesem rhythmus drinnen bin und dann funktioniert das einfach besser als wenn ich mir sage ich mache am dienstag und am donnerstag und am sonntag was weil dann gibt es immer einen grund warum nicht und vor allem geht es ja dann auch darum dass ich sage ja aber den dienstag geht es nicht dann falls wieder aus und überhaupt nicht aber irgendwie muss ich mich trotzdem davon lösen weil ich kann es nun mal nicht jeden tag machen weil ich halt manchmal in der frühe schon arbeiten muss und das mag ich halt überhaupt nicht wenn ich dann in einen stress geraten und deswegen würde mich da dann natürlich nicht bewegen ist und dann bin ich aber wieder draußen aus dem rhythmus und so gesehen muss ich jetzt irgendwie was finden womit die flexibel umgehen kann oder was finden wo ich sagen kann okay das dauert nur fünf minuten jemand habe ja wohl ich habe so eine stange die eben mit gummi funktioniert für leichtes krafttraining und das dauert nur fünf minuten wenn ich will weil du halt nur eine muskelgruppe trainieren wäre auch schon okay ja also irgendwie so in diese richtung muss ich denken anfangen weil ich bin irgendwie jetzt gerade furchtbar motiviert klar ich bin im urlaub da kann ich motivierter sein und dann schneiden wir die heute jetzt einmal aus und schauen wo sie hin passt und dann werden wir um sie herum unsere to do listen schreiben das ist ja das klasse wenn man eben mit dem system so arbeitet dass man eben sich so viel platz lasst wie man braucht dann kann ich natürlich die deko erzerst hinkleben und muss nicht dann noch schauen wo noch platz ist gut wo klebe die jetzt hin andererseits wäre es cool wenn sie in irgendeiner form da wäre andererseits da sind aber da fast besser gefallen sie schwebt sowieso in der luft das ist natürlich etwas was ich vielleicht vorher bedenken hätte sollen ich habe allerdings auch hier noch woschi könnt sie natürlich auf einen gelben boden stellen oder ich könnte sie auf einen grauen boden stellen was haben wir denn noch irgendwie muss ich sagen finde ich das grün fast am süßesten und dann stelle ich sie mir auf die seite oder ist das grün auch gut gut also wenn man sie dann da ungefähr haben wollen das was mir an diesen sticks immer so stört ist das ist dann da in der mitte immer diesen muggel gibt mit dem ich nie weiß wie ich umgehen soll seit einiger zeit tun einfach gleich weg und stört er mich nicht so das gefällt mir und dann schreiben wir uns unsere to do liste auf einerseits natürlich die dailies die wir heute machen wollen wo habe ich denn das bücher hin da ist das bücher hier täglich im urlaub mache ich keinen küchen quicki weil die küche ist es sowieso die domäne meines schnurzel purzeln und nein das mache ich dann nicht so oder aber heute machen wir wasser plus so das sind einmal die sachen die man von den dailies für heute aufschreibt mehr will ich nicht machen aber da haben wir dann noch solche sachen wie eben schauen wir mal ganz kurz weil auf der tagesliste stehen nämlich auch noch ein paar sachen hoch ja immer die meisten sachen die da drauf stehen die dauern jetzt nicht wahnsinnig lang also so gesehen sehe das jetzt nicht so als problem nichtsdestotrotz alles wäre dann vermutlich doch nicht schaffen das mit dem wellness journal habe ich jetzt quasi schon rüber getan pflanzen gießen plus diese sachen wärmer dann alle heute ihr nicht machen außer dass mit der anita das habe ihr versprochen das ist möglichst bald auf mode schreibt freischalt das ist dann also die liste für heute sind wir gespannt was was ich davon alles das mit 9 uhr saturn habe ich schon übertragen genau dann sind wir also gespannt wie die liste tatsächlich morgen ausschauen wird wenn ich dann wieder komme zum tag zwei ja jetzt habe ich nicht wahnsinnig viel was erzählt weil wir irgendwie in dem video davor schon so viel geredet habe schauen wir mal ob ich morgen wieder was zum erzählen gut bis dahin sage ich mal danke fürs zuschauen und wir sehen uns wieder tschüssi baba